Heute fand in Hannover der erste Umweltdialog der Bundesnetzagentur statt. Bei dieser Veranstaltung diskutierten Wissenschaftler, Verbände und interessierte Bürger über die Auswirkungen des Netzausbaus auf Mensch und Umwelt. Ziel ist dabei, die Meinung von Experten und der Öffentlichkeit möglichst früh in den Ausbau der Stromnetze mit einfließen zu lassen, um so viele Interessen wie möglich berücksichtigen zu können. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns eine furchtbare Diskussion und alles Gute für den weiteren Verlauf der Tagung. Vielen Dank. In Vorträgen berichteten Experten über die Folgen des Netzausbaus für Menschen, Boden, Wasser oder beispielsweise das Landschaftsbild. Bei den Erdkabelprojekten haben wir riesige Bodenvolumen, die bewegt werden. Da sind wir ganz schnell in der Größenordnung von 20.000 und mehr Kubikmetern, die bewegt werden müssen, um das Kabel überhaupt in den Boden zu bekommen. Wenn in Ihrer Nähe eine Stromleitung gebaut wird, dann haben Sie es zunächst mal mit niederfrequenten Magnetfeldern und elektrischen Feldern zu tun. Ich freue mich heute ganz besonders auf einen interessanten und auch offenen Dialog, nicht nur mit den Fachbehörden oder zwischen den Fachbehörden, sondern ganz besonders auch mit dem Bürger. Also ich kann den Ausbau der Stromnetze nachvollziehen. Umso schneller, umso besser. Also ich finde es halt schwierig, sich eine eigene Meinung darüber zu bilden über das Thema, weil man überhaupt nichts über weiß über den Ausbau des Stromnetzes. Was mir Angst machen würde, wäre, wenn sich die Bevölkerung dagegenstellen würde, aufgrund erhöhter Kosten zum Beispiel und das eben wieder rückläufig wäre. Also ich glaube, dass der Fortschritt letztendlich nicht aufzuhalten ist und dass es auch notwendig ist, dafür die entsprechende Energie bereitzustellen. Informative Veranstaltungen, Referenten, ja, sehr gut und es wird mit Sicherheit gleich in den Workshops spannende Diskussionen geben. Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmer lebhaft über elektromagnetische Felder, die Vorteile von Erdkabel oder Freileitung und über die Veränderung des Landschaftsbildes durch die Energiewende. Netzausbau bezieht sich immer auf große Landschaftsräume, auf ganze Regionen und deswegen ist es ganz ganz wichtig, sich mit Landschaft und Kulturlandschaft auseinanderzusetzen. Was mir nicht klar ist, ist, wie die Ergebnisse hieraus jetzt tatsächlich genutzt werden. Die Ergebnisse aus den Workshops und die Erkenntnisse aus den Fachgesprächen lieferten wichtige Impulse und werden in die weitere Arbeit der Bundesnetzagentur mit einfließen. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, transparent und frühzeitig zu informieren, spannende Diskussionen zu führen und genau das haben wir heute erlebt. Aus naturschutzfachlicher Sicht war für uns vor allem diese Parallelität oder die Synergie-Möglichkeiten mit dem Bodenschutz interessant. Auch für die Bundesnetzagentur war der Umweltdialog ein voller Erfolg. Durch den regen Austausch mit den Bürgern und Fachleuten konnten die Erfahrungen und Ideen gesammelt und für die Zukunft nutzbar gemacht werden. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn die Bundesnetzagentur weitere Informations- und Dialogveranstaltungen durchführen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Bundesnetzagentur Das sind Themens Untertitelung des ZDF, 2020